Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, im letzten Part haben wir die Miliz von Lexington, oder ne, von Concord, ich weiß es nicht mehr genau, alarmiert. Und nun befinden wir uns quasi am Beginn der Bürgerkriege in Amerika. Und unsere Aufgabe ist es nun, die Truppen zu befehligen, ihre Schüsse abzugeben. Da wollen wir uns doch gleich mal beeilen. Ja, wait, 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 ja, wir müssen gucken, dass wir alle passend, äh, so, Feuer, weg, alles klar. So, dann gehen wir mal zur nächsten Truppe rüber. Wir haben ja beim letzten Mal gnadenlos, äh, versagt. Muss gerade mal gucken. Ach nee, da vorne ist gerade die Kacke am Dampfen, da wollen wir doch sofort mal. Hinlaufen. Huch. Warte mal da. Ah nee, da hinten stehen sie ja. Ach. Macht euch bereit. Ready. Kacke. Warten. Seht ihr das kaum. Feuer. So. Eine Gruppe weg. Müssen wir hier wieder gucken. Vorbereiten. Schießt. Ja, schlecht. Schlecht getimt. Das Signal abwarten. Feuer. Ja, lief etwas ungenau ab. Na komm. Vorbereiten. Keep ready. Ja. Dann gehen wir doch lieber erstmal. Äh, lauf, 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 Pferdchen. Erstmal hier rüber. Schießt. So, eine Gruppe und die nächste Gruppe. Nun können wir hier hin. Hier kommt ja nichts mehr. Obwohl, doch, da kommt gerade eine Gruppe. Machen wir ein bisschen hinterher, wir haben Zeit. Und Feuer. Wir müssen immer dann schießen, wenn die gerade zum Schuss anlegen. Und wir müssen den größten Effekt erzielen. So, noch eine Gruppe weg. Nachladen. Abwarten. Anlegen. Feuer. So, dann haben wir noch eine Reihe weg. Eieiei. Vorbereiten. Ja, es sollte funktionieren. Sieht gut aus. Ähm, ja, wir sind hier komplett auf dem falschen Dampfer. Mensch, Jolly Jumper, wo willst du denn hin? So. Vorbereiten. Ready? Ähm, so. Nein. So, schwierig, das alles richtig zu managen. Ich glaube, ich mache Mitte, Außen, Außen, Mitte, Außen, Außen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Oder man achtet einfach darauf, wo der rote Punkt gerade ist. Das dürfte vielleicht noch mehr Sinn machen. Wartet auf mein Signal. So, wait. Das heißt, wir gehen gleich nach dem Schuss erstmal nach rechts. Da kommen sie. Sie bleiben stehen, legen an und Feuer. So, nun zu denen hier rüber. Macht euch bereit. So, noch eine Runde weg. Weil wir haben die linke Seite eben total vernachlässigt. Wir waren da einfach vom Timing her nicht gut. So, stellen die sich jetzt auf. Noch laufen sie. Und Feuer. So, noch eine Gruppe weg. Sieht's für euch aus. Haut sie weg. Ja, das sieht gut aus. Nicht schießen. Ihr seid fertig. So. Pferdchen, hau mal rein. Feuer. Ach. So, da ist wieder eine Runde weg. Die sind noch auf dem Weg. Wartet auf mein Signal. Habe ich auf der rechten Seite da. Fehlen haben wir gleich, glaube ich, zwei Gruppen. Wartet auf mein Signal. Feuer. Hau drauf. So, noch einen Haufen weg. Vorbereiten. Feuer. Ja. Nachladen. 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 Ja, wir müssen eigentlich wieder nach links. Aber hier ist schon wieder eine Gruppe, die sich bereit macht. Komm. Ja, es sieht gut aus. Die sind schon mal weg. Macht euch bereit. Alter, gleich drei Gruppen. Nein. So, noch eine Gruppe weg. Während die nachladen, beeilen wir uns mal. Gehen darüber. So. Und ab. Gut, da ist eine Gruppe gefallen. Die legen sich erstmal wieder hin zum Nachladen. Vielleicht müssen wir auf die Mitte achten. Feuer frei. Nein. Wieder dann gefallen. Ja, 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 ja. Ich, ich, ich mache mir auch den Weg. Nicht schießen. Jetzt feuern. Los. Das ist ja immer so mega lange zum Zielen brauchen. Ist unglaublich. Mann, das muss doch irgendwie gehen. Ich bin einfach nicht der Kriegstaktiker. Merk das immer wieder. Also nochmal, beeilen. Vorbereiten. Das möchte ich jetzt schon erschießen. Ja, kann ich auch. Ich muss ja gar nicht richtig. Ich muss ja nicht warten. Wartet auf mein Signal. Und seit wann wartet man, dass alle bereit sind. Ja, das macht doch viel mehr Sinn. Wartet auf mein Signal. Bei meinem Fußball wartet man ja auch nicht darauf, dass die, dass die Gegner ihre Verteidigung aufgestellt haben. Ab dafür. Mist, verzogen. Legt an. So, gut, 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 gut. Wo sind sie hier? Ah, einer ist gefallen. Schade, schade. Ready? Fight. So, beeilen, 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 beeilen. Nicht, schießen. Vorbereiten. So, da ist wieder eine Welle weg. Nun erstmal auf die Außen. Macht euch bereit. Feuer frei. So, die ist weg. Das Signal abwarten. Hau rauf. Ladet nach, ladet nach, ladet nach. Und wollen die will mich hinstellen, dann ducken die sich ja nicht. Also erstmal hierhin. Vorbereiten. Jetzt feuern. Ab dafür. Macht euch bereit. Jetzt feuern. Alter. Das sind einfach viel zu viele. Vorbereiten. Schießen. Macht euch bereit. Anlegen. Schießen. Macht euch bereit. Ja, Mitte geht noch. Erstmal hier rüber. Macht euch bereit. So, da ist wieder eine Gruppe weg. Jetzt mal Flux zum Mittel. Los. Ein herber Krieg tobt auf. Ja, das ist doch nicht wahr. Wie soll ich das denn machen? Ich kann ja schlecht persönlich rüber spazieren. Und der könnte ich schon. Ich hab's drauf. Ich weiß, aber das ist so. Geht auch nicht. Aber ich hab mir einfach zu blöd, um zu raffen, welche Taktik ich nehmen muss. Das Signal abwarten. Und da kommen jetzt die ersten. Rechts kommen die zweiten. Guck mal eben auf Minikarte. Und da sind keine Gegner zu sehen. Das ist ja wieder mal großartig. Ach, ich hab hier ja meine... Mein, mein, mein. Klar. So, der Feuer. Warten wir noch ein bisschen. So, die Gruppe ist weg. Schau ich mal hier vorne. Da sind schon wieder welche ausgestellt. Hier warten wir mal ein bisschen länger. Weil eben haben wir ja zu lange gewartet. Also da haben wir nicht genug gewartet. Da waren die noch nicht nah genug dran, um zu zielen. Aber das dürfte eigentlich die passende Entfernung sein. Und die Gruppe ist weg. So, da ist wir jetzt rechts außen wieder kritisch. Das Signal abwarten. Das Signal abwarten. Zielen. Feuer. Jetzt feuern. Schaut gut aus. Das Signal abwarten. Na toll. Jetzt feuern. Nun, die Seite. Wartet auf mein Signal. Feuer. So, die Truppe ist weg. Ja, dahin. Das Signal abwarten. Feuer. So, nun. Erstmal nach ganz außen. Haut sie weg. Ah. Pferd, wo willst du hin? Ach. Boah, dieser Gaul, der macht mich wahnsinnig. Mensch. Na, das ist denkbar ungünstig. Wartet auf mein Signal. Jetzt feuern. So, ihr verschickt euch danach erstmal. Vorbereiten. Nun. Nicht schießen. Anlegen und. Jetzt feuern. So, die machen das schon. Wartet auf mein Signal. Jetzt feuern. So, die sind weg. Und ihr. Keep ready. Feuer. Feuer. Jetzt erstmal wieder nach ganz außen. 130 müssen noch. Oh man. Also 130 müssen insgesamt. So, fertig machen. 113 haben wir jetzt. Wartet auf mein Signal. Dann müssen wir erstmal nach da. Das Signal abwarten. Feuer frei. Acht fehlen nur noch. Mensch. Feuer. Ich verstehe jetzt nicht. Was ist denn das? Ey, mir haben wir noch acht Stück gefehlt. Das ist doch. Ne. Gibt es einfach nicht. Ich ziehe das jetzt, den Part jetzt so lange, bis ich das geschafft habe. Anders kann ich euch und mir das nicht zumuten. Ich versuche gerade hier auf dem Gamepad die Feindbewegungen auszumachen. Was aber relativ schwer ist. Aber das geht schon mal ganz gut. So, keep ready. Und. Haut's um. Gut. Nun die Außenseite. Wartet auf mein Signal. Kommt noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Weg damit. Nicht schießen. Die Truppe ist weg. Das Signal abwarten. So, sorry Leute. Hat ein bisschen lang gedauert mit dem Signal. Das Signal abwarten. Feuer frei. Wartet auf mein Signal. Nicht schießen. So, Moment, Moment, Moment. Haut sie weg. Nun. Das Signal abwarten. Erstmal die hier. Macht euch bereit. Weg mit denen. Macht euch bereit. Die Außenseite ist erstmal wichtiger. Nicht schießen. Nicht schießen. Na toll. Wieder eine umgefallen. Eier. Ja, ist jetzt eine ganz, ganz knappe Sache. Wartet auf mein Signal. Ja, macht doch jetzt. Mensch. Geh das. Macht euch bereit. Kommt mal genau dann an, wenn die Brotröcke schon angelegt haben. Das ist denkbar ungünstig. Anlegen. Feuer frei. Das sieht jetzt schon etwas besser aus. Macht euch bereit. Na komm. Warte, ist ja gar nichts. Ja, völlig voll zur Ecke. Mann. Nein, du dummes Tier. Geh da rüber. Wartet auf mein Signal. Nicht schießen. Warten. Haut sie weg. So, 123. Sieben Stück fehlen noch. Ah, Gott sei Dank. Es ist geschafft. Sie zieht den Schwanz ein. Pussa. Muss mal eben hier was einstellen. So. Nun gut. Dann will ich fast sagen, im nächsten Part gehen wir die 91 Meter rüber und erfahren, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao.